Na, jetzt fuhren sie wieder rein. Oh, aus, oder? Ja. Nee, oh, bin ich blöd, oder was? Oh mein Gott, ey. Alles will schwer sein. Oh, da kommen sie niemals rüber, ey. Guck doch mal, wie weit das ist. So, da müssen wir nämlich noch mal gucken, hier. Wie das jetzt hier, hier unten geht es noch weiter. Mal wieder Anti-Entropie, das finde ich voll cool. Mal so eins einsetzen hier. Nee, Anti-Entropie brauche ich natürlich. Handwurf, Stärke, Regenerieren. Spannungsschild. Hier unten geht es noch weiter. Gucken wir mal, was hier unten gibt. Oh, ein Ei. Ein Ei, was wir brauchen. Ich habe den Überblick verloren, wie viel es jetzt noch sind. Ich glaube, wir haben ja schon drei oder vier gemacht. Jetzt drei oder vier Eier. Ich weiß es auch nicht mehr. Gucken wir, was es hier gibt. So. Gucken wir mal, was es hier unten gibt. Im Schacht. Im Schacht. Im Schacht, so wie Gordon Freeman und so. Haha. Oh, das ist nur noch bei zwei, das EMP gehört. Das ist wie so blöd, ne? Prübiskut gegen Maschinen. Oh, ein Labyrinth hier. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Gibt es hier überhaupt eine Karte? Nee. Anti-Entropie deaktiviert. A, B, C gibt es hier nur. Rückenbagger. Gondel A, Gondel B, da muss ich da jetzt hin. Wofür denn das Ding hin? Hier so und da so? Na hier und da? Na cool, und wo bin ich jetzt? Und so? Von Braun, Verbindungspunkt. Der ist hier. Der muss hier so hin, so. Aber hö? Aha. Ich weiß nicht, was wir hier so hin, so. Oh, äh. und wie ich bin mini spielen schon in ich höre schon wieder einen Ninja-Dings-Bumpen zu tun so tot Oh, explizit fast. Ne gut. Und da hängt er in der Luft. Und da hat er eine Vanterie. Geht's hier rund. Oh. Da drüb. Oh, schau ich wieder so ein scheiß Ninja. Ist da irgendwo hier? Ich will den mal schorchen. Oh. Natürlich nie. Natürlich nie. Warum auch. Weil ich mal das Alarm auch nicht gesprungen bin. Anti-Entropie deaktiviert. Ich sehe mal, dass der Alarm aus ich gesprungen bin. Oder muss ich nicht mal springen? Weil hier erstmal achten wird schon niederliegen. Oh, krass lol. Also hier war ich doch vorhin. War hier auch noch so ein Ei? Oder hab ich dich schon erwischt? Irgendwie hab ich dich schon erwischt ne? Aufs Rohr zu gehen geht ohne hier oder? Nee ne. Komm ich da niemals rüber ey. Hier ist für Laub auch nicht springen wieder wie sonst immer. Du musst diesmal wirklich rennen. Du musst bestimmt denk ich mal wieder rennen diesmal, hä? Ich muss da drüben lang. Weil hier gibt's nix. Hier muss ich lang irgendwie. Moment oh Gott. Tut mir leid jetzt gerade. Ich muss den hier schonmal kurz gucken. Hier wegen... Steuergeräte anpassen. So, jetzt können wir nämlich rennen. So, jetzt können wir nämlich rennen. Boah wie wir da klammer derbs gar nicht springen können. Wenn wir rennen. Ha? Kapsel B. Dort hinten müssen wir aber hin eigentlich. Bam. Können wir besser springen jetzt ey ey. Wie wir besser springen können. Wahnsinn ey. Wir können nicht wegreißen. Einfach mal gerannt und gesprungen. Und gut ist... Huh? Kapsel Zwo. Muss ich nicht in die Kapsel Zwo? Ich weiß gar nicht was hat so lange gesagt. Ist irgendeine Kapsel irgendwie. Anti-Entropie aktiviert. aber wir legen zwei leichen und eine psyspritze gerne oh gerne das geht schon hier noch so hier geht es zu kapsen 2 hier hat er etwas unkonzentriert ich glaube heute etwas unkonzentriert ich glaube aber wissen was es drüben noch gibt wenn ich springe was es hier drüben noch gibt hier kann ich noch ein bisschen lang springen naja ok hier nicht mehr aber würde ja klappen können das ist wenn ich springe das ach so das ist der große raum da vorne wo dieses ding ist da ist hier zum zum genau aua ne war ich schon nie drüber kommen ne war ich nie drüber kommen kopsel 2 genau das nehme ich das kann ich mit meinem derbs easy bösesten sprung hier auch hier drüber kommen da wirft nochmal sparschern und mal groß sparschern ich meine mit meiner krassen sprung technik komm ich doch hier rüber natürlich nicht natürlich nicht ne dann wollen wir schnell sparschern äh schnell laden natürlich nicht ne naja das versuche ich nicht noch mal sonst ist es gelingen eh das ganze gelingen dass ich noch mal versuche das um es drauf zu kommen und es nur hier lang geht und ich jetzt wieder durch den schacht muss oder zur kinderlader die hier hochführt oh shit ich muss doch wieder durch den schacht ne oh shit ein dreck scheiß antientropie aktiviert ich muss doch wieder durch oh noooos keine munition zum nachladen mir fehlt hier ein bisschen munition eh so ja und die munition nicht überhaupt mal äh die schritte hat keine munition mehr ne ich glaube die hat ja überhaupt keine munition mehr jetzt für die 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 oh ein wegwerkzeug ist ja geil bei erwarten warte die 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 Pistole wieder auf 7, Bayless, bin ich jetzt hier, hier war ich ja noch gar nicht, cool eh. Ah, ich bin jetzt drüben, siehst du mal, du musst gar nicht springen, dann schau ich es eh. Das ist hier unsere derbe Waffe, da hinten, hier aufflogen. Was bringt mir das denn? Was bringt mir noch nix? Bringt mir das was? Wenn ich von da nach da springe, von da nach da, geht nicht nur. Was ist denn, wenn ich nochmal drücke? Okay, da fährt es wieder rein. Ne sinnlos. Was nimmt mir das denn? Steht da grad noch was dritte? Oh, ne gold ne. Hier gibt es noch Locks, die man hier hinten. Moment, wenn wir uns jemanden da aussieht, die Teil 3 finden. Nach ein paar Stunden waren wir wie betrunken. Ich kann mich an lange Abschnitte gar nicht mehr erinnern. In einem Augenblick waren wir in dem Krater und im nächsten laden wir die Eier in das Shuttle. Ich erinnere mich daran, dass dieser Idiot Kurenschkin die von Braun anrief und befahl das gesamte Hydroponic Deck zu räumen. Diego hielt das für seltsam und sagte, bist du verrückt Anatoly? Und Kurenschkin lächelte ihn an und antwortete, oh Captain, wir sind nicht Anatoly. Ah, siehst du? Ha, ha, ha. Da kommst du wieder nur ran, wenn du wieder hier das da machst und du eins gehst und das hier benutzt. Sollen wir uns das nochmal holen, oder? Da haben wir zwei, jetzt ein I. Ne, zwei brauch ich nicht, das ist ein 6 und das ist ein 5. So, das nehmen wir schon zur Heavy Big Mama. Die wär einfach da, 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 ne, leicht, aaaah. Hups. Äh, ja. Äh, ja, ja, ja. Ich bin schon aus dem Fenster gesprungen, wa? Hohoho, hups. Hups, hups, hups. Ich muss jetzt schon wieder lang gehen. So'n Scheiss. Meine Fresse. So'n Scheiss. Heiß. Habe ich für uns die zwei Abkabelungen. Komisch. Wenn ich mal irgendwie so früh komisch und so. was ich aktuell används habe, wenn ich damit umgeht. Wenn ich Elite, brauche ich in Square rauf auf 16. Wann habe ich hier einen? Ok, ich muss aber noch ein 6. Da habe ich eine App mit ihr. hier von level 3 300 nieten können wir uns das ding ist wieder duplizieren na egal das kann dann immer noch mal elektron wieder so